als aber nur dieses auto fahren kann ja klar können fußball spielen schaffst du es noch? ich check nicht was man da machen muss wir fahren jetzt das rennen und mitten im rennen kann man fußball spielen muss man oder kann man? kann man den boost müssen wir die gleiche strecke nehmen oder? ne müssen wir nicht wenn du eine andere nimmst dann fahren wir gegeneinander dann können wir nicht miteinander spielen sondern gegeneinander siehst du wir sind auf dem feld cool aber wir spielen noch nicht cool bei dem auto kann man einfach vollgas geben in der kurve hat sich auch gedreht wenigstens ach Junge hat sich gedreht? ja jetzt können wir fußball gegeneinander spielen ja da liegt ein ball und ich versuche ihn jetzt in dein tor zu machen ich habe sie vergeigt aber warte ich muss erstmal das ding in der mitte holen ja wieso? ja sonst kann ich nachher nicht mehr weiter fahren hey nein 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 ey ich komme damit nicht klar nein 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 was ist das? ja komm meine chance nein 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 silly digo studies dass ist doch schaffen Latino ich habe es noch nicht geschafft das habe ich gesagt aber wo bist tu denn jetzt? ja hinterher natürlich Alter, wie es sich weggeheatet hat. Jemiel, was war das? Oh! Ey, verpiss dich. Oh, Digga, ist das langsam ohne den Boost. Ebel, gell? Alter, mein Wagen fährt, schläft gleich ein. Ich bin jetzt dick gedreht gerade. Echt? Ah ja, ich drehe dich wieder. Wäre jetzt ärgerlich, wenn es dich nochmal so dreht wie vorhin. Absolut. Oh, fiss dich. Oh, haha. Nein! Hat sich auch runtergelegt. Ja, hat sich. Ich musste auch so blöd fahren. Hey, hör mal an! Du hast gesagt, wir hauen uns. Ja, aber du drehst dich immer nur so blöd. Hä? Du drehst mich immer nur so blöd. Ja, das ist ja das Ziel, oder? Nein, das Ziel ist, ihn runterzuhauen. Achso. Na, dafür bist du halt zu schlecht. Wie oft habe ich dich runtergehauen? Noch gar nicht, glaube ich. Doch. Ich bin halt nur mit runtergefallen meistens. Ja. Warum bist du jetzt auf meinem Weg? Ja, damit ich dich einholen kann. Ja, wenn das klappt. Oh, aber warum bist du so gemacht? Ich wollte genau den Windschatten ausnutzen, um nicht rauszuhauen. Ich weiß. Deshalb bin ich dir ja ausgewichen. Hat der Gadehund. Oh! Nein! Mich hat es gefühlt, da wäre ich nicht als ich. Oh! Oh! Nein! Ja! Ja! Es ist nur, wenn meine Nase juckt gerade. Was machst du? Weiß nicht. Ja! 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 Der Ball ist halt jetzt nicht mehr in der Mitte. Wir sind doch wie kommen doch eh von der gleichen Seite. Dann spielen wir halt jetzt zusammen. Ich flanke ihn dir rein und dann schiehst du ihn rein. Okay. Flanke! Oh! Ja, ich war auch zu schnell. Scheiße. Junge, ich bin nicht der Ball. Scheiße drauf, ich fahr. Du Wichser. Ja, ich will jetzt nicht riskieren, dass du mich hier wieder umdrehst. Ja, ja. Hast du die andere Seite genommen oder kommst du über meine? Ich bin noch am Ball. Was? Wieso? Nein, lüg nicht. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh, 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 ich fliege! Hä, was? Ich bin in der Kurve zu hoch und dann... Das ist mir auch passiert. Aber ich bin halt nicht geflogen. Ich bin halt nicht geflogen. Hey, wie kannst du direkt hinter mir sein? Hey, hey. Nein, komm, schnell, 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 ja, woll. Ja! Oh, oh. Oh, es hat geklappt. Nein! Ja, ja. Miese Brise, jetzt ist das Ende. Na wahr, bin schon voll lang. Ja, Junge, ich hole dich aber nicht mehr ein. Mir sei so gut von hier gerade. Ich bin in Reichtraum. Echt? Nein. Das ist schön. Ich denke, ich muss jetzt hier alles aufholen ins Spiel kommen. Nö. Doch. Also von meiner Seite aus muss das nicht kommen. Comeback. Du freust dich morgen schon auf Hering. Ja, Mann. Feier den Typ. Ich auch. Ich glaube, wenn man das hier, dieses Rennen so mit, ganz mit Viererteams oder so spielen würde. Ja, das wäre wild. Ich bin gerade wegen die Wand gefahren. Hä? Ach, bist du echt rechts rum? Ja. Ah, lol. Wieso? Ja, weil ich links rum bin. Fack, ich hätte dich jetzt gerade wegkrammen können, wäre ich richtig gesprungen. Tja. Ja, langweilig, wenn gar keine Action ist. Ja, wenn du auch rechts rumfährst. Ja, anders wäre ja auch so viel Action gewesen. Ja. Nein. Doch. Wieso, ich hätte dich auch nicht eingeholt. Ja, dann hätte ich aber warten können. Aber was bringt es mir, wenn ich jetzt warte? Dass wir ein knappes Ende haben. Ja, aber ich weiß nicht, wie lange ich warten muss. 13 Sekunden. Zähle ich kurz an der Hand ab. Rechts unten. Kann man es sehen. Ja, nein, da steht nur meine aktuelle Runde. und die insgesamte Zeit. Ja, also. Und dann kannst du ja davon 13 Sekunden haben. Ach so. Ja, könnte ich, aber dann würde ich vielleicht nicht gewinnen. Jetzt sind es nur noch 12. Ja, wegen aufholen. Ja. Nee, weil ich einfach so gut fahre. Ich weiß ja nicht. Wenn mich niemand rammt. Du hast mich immer gerammt, Jörg. Aber ich bin immer mit runtergegangen. Einerweise. Aber einmal habe ich dann halt einen guten Rammer gemacht. Ah, toll, du bist im Ziel. Darf ich dich ins Ziel boxen? Äh, ich vertraue dir. Ja? Ja, okay. Ja, Sieg. Mann, schon wieder 2000 verloren. Äh, ein Tausender verloren. Ja, man kann auch nur eins nehmen. Man kann wieder nur einen, ne. Was ist das für ein Auto, Digga? Ich weiß nicht. Hab den Boost. Warum kriegst du nie den Boost? Ich weiß nicht. Bei mir geht das nicht. Ich glaube, es wurde ausgestellt. Was? Ich nehme lieber den Windschatten. Lava, kein Scheiß. Alter. Bist du runtergefallen? Ja. Ja, siegst du, das war das Ziel. Fick dich. Oh, wenn man hier mit ganz vielen spielen wird, schau mal. Dann könnte man in der Luft crashen gegeneinander. Die Besten liegen die schlechtesten in der Luft. Ja, wieso? Ja, das wirst du gleich sehen. Ich mach jetzt den Sprung. Und nachher springst du nochmal über die gleiche Stelle. Na, diagonal. Orthogonal. Orthogonal. Immerhin kann man das Auto gescheit in der Luft steuern. Das kann man jedes. Nein, bei dem viel besser als die anderen. Also bei dem Easy gerade konnte man es fast gar nicht in der Luft steuern. Ja, ich schon. Echt? Ja. Haben wir jetzt immer zur Seite gehauen. Ja, das kannst du mit A und D steuern. Junge, wie weit bist du bitte vorne? Nur sieben Sekunden. Ja, wo siehst du denn diese Sekunden? Frontflip. Oh shit. Oh. Ah, das Vorwärtshalter war nix. Auf Y. Immerhin bin ich jetzt wieder knapp an dir dran. Ja, ich habe aber auch einen Vorwärtshalter gemacht. Du nicht. Doch. War mal hat geklappt. Nee. Das ging schief. Aber nur minimal. Im wahrsten Sinn des Wortes sogar. Weißt du, wenn du halt so schlecht mich rammst, dann wirst du mich nie einholen. Ich spiele asozial. Ja. Ich spiele asozial. Ja. Du hast gesagt, wir schlagen uns. Ja. Und wenn ich dich schlage, spiele ich asozial. Ja. Wenn es dich wegdreht. Aber wenn du mich schlagst und mich dreht es nicht weg, aber dich, dann spiele ich noch mehr asozial oder wie? Oh, oh, nein, Frontflip geht nicht. Ja, natürlich. Hey, wie hast du bitte ein Vorwärtshalter hingekriegt? Hey, wieso? Bei mir hat er nur 180 Grad schafft, statt 360. Ich weiß nicht, ich habe es nicht probiert. Haben wir eigentlich gerade einen Clan-Trick am Laufen? Nein. Clan-Spiele. Ja. Kennst du mich doch? Ja, aber ich glaube, ich kann dich nicht mehr lange drin halten, wenn du so weitermachst. Hä, für was braucht man denn die Clan-Spiele? Junge, da gibt es dicke Belohnungen. Für den Clan oder für mich? Für dich? Ja, warum soll ich... Und wenn du 4000 Punkte machst, kriegst du noch eine Belohnung mehr? Das schaffe ich eh nicht. Hey, locker. Das kann man in einer Stunde schaffen eigentlich. Stunde, okay. Zwei, drei Stunden, doch, braucht es. Vier Stunden, 4000 Punkte, locker easy. Ja, man denkt, ich setze mich 4000 Stunden... Äh, vier... Vier Stunden an Clash of Clans hin. Digga, du warst vier Stunden an Blizzard gesessen. Während der Vorlesung, also. Wow, das ist okay. Ey, du heilst nicht, Junge. Ich fahre immer wie ein junger Gott und genau in der Kurve haut es mich immer runter. Ja, weil du mich rammst. Ich mache jetzt einen Zeitflip. Eine Schraube, eine Drehung. Siehst du, das schaffe ich auch nur eine halbe. Flickflack obertax, soll ich dir mal zeigen, wie es geht? Ja, zeig mal her. Wie drehe ich nochmal? B oder A. Ja, genau so weit bin ich auch gekommen. Ja, aber ich habe 50 AP bekommen. Weiß ich nicht, ob ich das habe. Schau mal ein Video an, dann... Du weißt. Du weißt. Du weißt. Ja. Digga, auf dem ersten Platz ist so langsam, wenn du so weit weg bist. Du bist einfach nur schlecht. Stimmt, ich kann das W nicht stark genug reindrücken. Ja. Was für eine Aussage. Jetzt ein Vorwärtshalter. Ich habe 25 AP bekommen. Ja, du bist ja auch nett. Ja, und niemand hat dich gezogen, ihren Backflip zu machen. Das war ein Frontflip. Es war ein Versuch, der Frontflip. Es war ein Seemannsköpfer. Was? Ich sag's dir, ich hole dich noch. Ich sag's dir, du holst mich nicht mehr. Drück mal F, dann springst du aus dem Auto. Ja, mach ich. Ich mach's in der Luft, okay? Ja. Naja, sieben Mal. Was, sieben Mal? Ja, ich mach's natürlich nicht. Ich hab F gedrückt. Ich mach's auf der Rückfahrt. Also da, wo man wieder springt. Okay. Genau in der Luft. Hauptlich hat ein Fallschirm dabei. Safe. Aber du musst hinter mir sein, damit du's siehst. Ja, dann... Ich hol dich gerade auf. Keine Angst. Okay. Probier mal, dass ich auf dir drauf lande. Du auf mir. Ja. Andersrum wird ein Schuh draus. Wenn du mir jetzt deinen Windschatten gibst, dann mach ich das. Herr Scheiße, jetzt renne es ja zu Ende. Ja. Jetzt springen! Spring! Ja, ich muss ja erst in die Luft. Scheiße, ich bin neben dir. Hä? 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 Ich schwör, ich hab F gedrückt. Der ist nicht abgesprungen. Der kann doch nicht abspringen. In den normalen Rennen. Ah, lol. Es geht nur in GTA. Achso. Also ein GTA-Rennen. Ich bin ein Haap. Das ist nicht möglich.